Seid mir gegrüßt und herzlich willkommen bei Play the Stuff. Auf diesem phänomenalen Kanal geht es hauptsächlich um Indie-Games oder Spiele, zu denen es noch keine oder nur wenige Videos in deutscher Sprache gibt. Ich lege dabei besonderes Augenmerk auf kostenlose Spiele und günstige Bundles oder Sonderangebote. In der Kategorie Gratisspiel der Woche stelle ich euch zum Beispiel jede Woche ein neues, wirklich hochwertiges und vor allem komplett kostenloses Game vor, das ihr unbedingt mal anzocken solltet. Bei den Spielschnäppchen liefere ich euch unter anderem regelmäßig Informationen zu Sonderangeboten oder interessanten Spiele-Bundles. Falls ihr also Bock auf günstige oder sogar komplett kostenlose Games habt, dann lasst mir einfach ein Abo da und ihr seid immer up-to-date. Ansonsten gibt es bei mir natürlich auch das ein oder andere Let's Play sowie die Serie Let's Check It Out, in der ich euch besonders interessante Neuerscheinungen kurz vorstelle. Falls ihr ein Fable für richtig abgefahrene Games habt, dann schaut doch mal bei den Spielen des Wahnsinns rein. Dort findet ihr echt extrem strangest Zeug mit Facepalm-Garantie. Kommentare, Likes und Anregungen sind bei mir natürlich immer gerne gesehen, also haut ruhig in die Tasten. Ich wünsche euch viel Spaß auf meinem Kanal.